Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Stadionvlog der Hamburger SV Spiel gegen Holstein Kiel. Ich befinde mich gerade am Hamburg-Dammtor. Letzte Woche hat der SV in Magdeburg nur 2-2 gespielt. Ganz ehrlich, auch wenn die zweite Halbzeit richtig stark war, das reicht nicht. Wir müssen daher jetzt auch mal direkt auf die Tabelle schauen. Und zwar hat der SV ganze 8 Punkte Abstand auf dem zweiten Platz, auf dem direkten Aufstiegsplatz. Düsseldorf hat heute gewonnen, daher sind es jetzt 6 Punkte auf dem Relegationsplatz. Das heißt, der SV muss unbedingt gewinnen, wieder auf 3 Punkte zu verkürzen, wenn sie überhaupt irgendeine Chance haben wollen, noch irgendwie aufzusteigen. Das große Problem ist, es geht gegen den ersten, nämlich Holstein Kiel. Es ist zwar heute wieder etwas kälter, aber ich finde es gut, dass die Sonne wieder herausguckt. Da vorne geht es zu Planten und Blumen, da werde ich in einem Vlog bestimmt auch mal hingehen, wenn das Wetter richtig gut ist und wir richtig gute Temperaturen haben. Dort haben wir den Fernsehturm und generell, schaut euch Hamburg an, einfach wunderschön. Da hinten haben wir auch ein Kino, das ist das Cinemax Dammtor. Wenn ich mal in ein Kino gehe, dann ist es immer dort und es ist einfach das beste Kino in Hamburg. Das Duell zwischen dem Hamburger SV und Holstein Kiel ist von den Medien ein erschaffenes Derby. Von der SV Seite aus ist das gar kein Derby, von der Kiel Seite aus schon. Freunde, gebt euch den Blick auf die wunderschöne Binnenalster hier am Hamburger Jungfernstieg. Ich finde, hier ist definitiv einer der schönsten Orte in Hamburg. Holstein Kiel ist sozusagen der Angstregner vom HSV. In den letzten 13 Spielen konnte der HSV nur 2 von gewinnen, also ganze 11 Mal konnte sie nicht den Kiel gewinnen. Und es fängt gerade an zu regnen. Oh, das ist Hagel. Oh nein. Gerade eben noch über die Sonne gefreut, jetzt fängt plötzlich an es zu hageln. Ich kann das nicht mehr. Hier vorne sehe ich mich, by the way, auch im Sommer Tretboot fahren. Ich werde hundertprozentig einen Vlog machen, wo ich einmal komplett um die Alster Tretboot fahre hier vorne. Es hat Gott sei Dank nur ganz kurz gehagelt. Da oben guckt wieder die Sonne raus und es schimmert so schön auf dem Wasser. Da vorne haben wir ein Alsterboot, da kann man eine schöne Rundfahrt machen. Alter, ich lebe in dieser Stadt und ich bin trotzdem jedes Mal fasziniert, wie schön sie ist. Oh Hamburg, meine Perle, du wunderschöne Stadt. Und da ganz hinten sieht man auch das Hamburger Rathaus. Hier vorne haben wir auch einen wunderschönen Schwan. Ist der am Schlafen oder was? Bei Kiel spielen auch einige Ex-HSV-Spieler, unter anderem Fiete Ab, Finn Prorath und Luis Holpi. Schaut mal, wie krass diese Fontäne aussieht. Für Holstein Kiel geht es aber in diesem Spiel um genauso viel. Sie können das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte aufsteigen. Kiel ist eigentlich ein nicht so großer Verein, denn die haben vor zehn Jahren noch Regionalliga gespielt. Hier an der Binnenalzer befinden sich auch so viele Tauben. Gestört. Und Enten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich befinde mich in der Mönkebergstraße. Da vorne sieht man das Rathaus. Hier vorne hat man die Hauptkirche St. Petri. Hier gibt es generell sehr viele Geschäfte. Hier befinden sich auch die einzigen Adidas und Nike Stores. Und hier vorne befindet sich auch der größte HSV-Shop. Ich habe heute ehrlich gesagt noch gar nichts gegessen. Es geht so burgerlich. Wisst ihr, was das Coole ist bei Burgerlich? Schaut mal. Hardtop, ja. Vorführeffekt. Man bestellt auf einem Bildschirm. Ist das nicht cool? Ich gehe dann direkt auf Burger. Also man hat schon eine gute Auswahl, muss ich sagen. Burger und Pommes sind bereits bestellt. Und heute ist noch eine Limonade dazu. Fast. Send order. Gerade dran halten. Perfekt. Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich gerade Hunger habe. Ich habe wirklich gar nichts gegessen heute. Das Getränk ist auch schon mal da. So, da haben wir das gute Ding. Sieht schon mal richtig fresh aus. Und ist auch eine ordentliche Portion, muss ich sagen. Und die Pommes. Also ich habe jetzt schon ein bisschen probiert. Und ich muss sagen, es ist ein richtig, richtig starker Burger. Aber das Fazit zu dem Ganzen, also ganz ehrlich, die haben gute Burger, gute Getränke. Pommes waren in Ordnung, die Location ist ganz cool. Und das Essen kam richtig schnell. Also gebe ich dem Ganzen eine 8 von 10. Kann ich nur weiter empfehlen. Freunde, wenn ich eine Sache nicht verstehe, dann ist das Wetter in Hamburg. Es hat heute die Sonne geschehen. Es hat gehagelt und jetzt regnet es. Ich verstehe es null. Aber egal, ich habe ja Gott sei Dank ein Dach über dem Kopf und freue mich jetzt auf ein geiles Topspiel zwischen den Hamburger SV und Holstein Kiel. Und Freunde, ich lege mich jetzt fest, wenn dieses Spiel heute nicht gewonnen wird, dann war es das mit dem Ausstieg. Ja, ich weiß, die meisten Fans glauben ohnehin schon nicht mehr dran. Ich schon. Aber wenn das heute nichts wird, wenn das heute verloren geht, dann war es das wirklich. Dann gibt es keine Chance mehr. Freunde, da wären wir. Da ist das Volksparkstadion. Man sieht schon das blau beleuchtete Dach. Das wird heute auch ein Flüchtlingsspiel und ich liebe einfach Flüchtlingsspiele. Und ich glaube, das wird heute ein 3 zu 2 für den HSV. Ich glaube, dass sehr viele Tore fallen werden. Und Freunde, ich befinde mich heute auf der Osttribüne. Hier oben irgendwo. Das ist der Blick heute. Wir haben einen richtig schönen Überblick über das ganze Spielfeld. Schön mittig. Die Kieler da hinten haben heute auch einen richtig großen Block. Aber ich bin mir sicher, dass die Nordtribüne heute alles geben wird. Da hinten sieht man schon die Tücher an der Nord. Wir wissen alle, was das heißt. HSV! 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 Den Nordtribüne ist quasi laut. Schon bei Bayern gegen Arsenal gab es eine Kyroshow. Heute auch. Bin gespannt. Und jetzt achten wir auf eine Sache. Es macht der gesamte Block mit. Nicht nur irgendwie der innere Kern oder so. Der gesamte Block. HSV! mit der Ansage gegen Holstein-Kiel. Scheiß Holstein-Kiel! Wirklich keine Worte. Geil! Episch wenn die Lichter ausgehen. Am Hafen steige ich aus. Hier wo ich geboren bin. Wo ich spielte schon als Kind. In den Straßen, die mein Zuhause sind. Mein Hamburg lieb ich sehr. Die Kieler haben eine Choreo vorbereitet. Let's go Holstein! Der untere Block in blau, der in der Mitte in rot und der obere wieder in blau. Platze! Und da kommen die Spieler hinein. Schwarz-Weiß-Blau geboren. All the way, all the way! Alle, alle, alle! An 5, mit guter Stimmung geht's los! Wenn's jetzt schon so losgeht, ey, passt der riesig! Und die erste Vierru leuchtet auch auf! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Alle, alle, alle! Oh! Alter, war das gefährlich! Hilfe! So, legt Kieler jetzt den Schwarz raus! Danke! Also wirklich, die Stimmung hier ist verrückt! Fast ein Ball! Letzter Riesenschutz! Ja! Halt hoch! Halt hoch! Halt hoch! Halt hoch! Halt hoch! Schade! Der erste Riesenschutz kann man wohl vorbei! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Schieß ein Tor! Stark! Stark! Oh! Oh! Schade! Ja! Stark! Ach, Mann! Krieg auch in die Zähne gespielt! Stark! Komm! Jetzt! Nur 10-E-Junge! Oh! Ja, gut! War viel mehr drin, denn der Abschluss war in Ordnung! Ach, Mann! Oh! La, la 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 la! La, la la! Ey da, es oh! Oh! Die Kieler mal wieder mit einer guten Chance. Ich habe ihn ehrlich gesagt vor Spinnen gesehen. Das ist gar nicht gut, die Kieler jetzt. Man könnte es ein Handspiel gegeben haben. Das Handspiel von eben wird tatsächlich angeschaut. Das könnte noch mal ein richtiger Bruch sein vor der Halbzeit. Und er geht es sich anschauen. Ich fasse es nicht, bitte nicht. Das würde uns vor der Halse noch so brechen. Ja, ich habe es mir gerade selber angeschaut. Der Ball ist ganz klar in der Hand. Es wird einen geben. Und? Was? Was? Hä? Also für mich ist das aus meiner Meinung. Auf dem Handy soll das hier die Hand berührt. Aber ich habe auch ganz schnell nur geschaut. Aber Glück gehabt. Halbzeit. So Freunde, kommen wir zu einem Fazit zu diesem Spiel. Ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Man hatte Glück mit dem Elfmeter. Sehr, sehr knifflige Situation. Ich weiß gar nicht, was am Ende dazu geführt hat, dass der Elfmeter nicht gegeben wurde. Ich hoffe auf eine bessere zweite Halbzeit und auf mehr Tore. An fünf. Hey! Das war's! Krass! Krass! Also für mich ist das am 1. Mit ganz 1000 Erfinder. Ich habe es dir nochmal angeschaut. Es war ein Foul. Meiner Meinung nach. Aber halt außerhalb war es übrigens eh nichts. Junge, Junge. Die zünden plötzlich Raketen. Hilfe! Hilfe! Und da geht das Kyro wieder an. Oh mein Gott! Es geht weiter! Hilfe! Hilfe! Boah, was ist denn los? Hier nimmt man jetzt auch für die Nordtribüne. Und dann ist das schon ein Abbrill von Kyro-Technik. Okay, das ist jetzt wirklich gefährlich. Oh! Oh! Der Kyro ist crazy! Unglaublich! Ist das verrückt! Also wirklich, was ist das hier für ein Spiel? Und das ist zweite Liga, meine lieben Freunde. Das findest du nicht mehr in der ersten Liga in anderen Ländern. Du sollst siegen! Und das in allen Spielen! Wir singen vorwärts Hamburg! Und schieß ein Tor! Komm! Bring eine ordentliche Banke! Oh! Er wollte ihn reindringen! Hilfe! Leidenschaft und Tradition! Ja! Ah! Komm! Was? Was? Die Menschen! Oh, da war so viel los! Lalalalalala! Lalalala! 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 Lalalalalala! Er steht alle auf! Wahnsinn! Immer wieder singen wir deine Lieder! Da tut sich scheinbar noch mehr bei den Killern! Also die sind wirklich verrückt! Oh! Ja! Starke Rechte! Gasse! Oh neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Scheiße! Das war schon so ein Duseltor, überhaupt raten sie, ob das überhaupt eine Ecke für die war. Auf geht's Hamburg, kämpfen und siegen! Oh, da wird noch etwas überprüft. Ich weiß gar nicht was, aber hoffentlich ist es richtig. Er schaut sich auf jeden Fall irgendwas an. Ja, okay, zählt. Scheiße. Aber ich weiß auch nicht, was überprüft wurde. Oh, bitte, ja! Digga, so viele Räume haben die. Die Fans sind sehr unzufrieden. Aktuell macht es eigentlich komplett mit dem Ausstieg und der Relegation. Ist das bitter. Och, du Scheiße! Oh mein Gott! Ist das der Turning Point! Ja, ich rufe ein Spiel! Das könnte alles verändern! Das ist ganz wichtig jetzt! Der Ex-HASV-Spieler Liebe ist heute, wie er hat sie gesehen. Haburger SV! Der rutscht durch! Außennetz! Tschüss! Der Asphalt setzt Kiel komplett unter Druck, die Spiegel ist komplett defensiv. Der Asphalt ist komplett offensiv, sie wollen unbedingt das Tor. Oh, ja, nein, nochmal, oh, Digger, oh. Mir ist alles egal, ich möchte hier einfach nur noch den Ausgleich sehen. Das ist gerade jetzt nur noch ein Kampf bei der Fanlager. Hä? Oh, nee, das ist fass. Ich hab keine Worte. Sechs Minuten gibt es doch mal. Ganz ehrlich, die Ecke eben. Das ist einfach eine Zusammenfassung von der ganzen Mann nach Hause sein, wirklich. Die Mannschaft wird jetzt lautstark ausgefüttet. Alles unzufrieden. Wirklich. Oh, Mann, Freunde, ist das bitter. Das ist der komplette Bruch. Ich finde es ist trotzdem nicht in Ordnung, die Mannschaft auszupfeifen. Klar, ich kann die Enttäuschung verstehen. Aber ganz ehrlich, in guten wie in schlechten Zeiten zueinander stehen. Es sind jetzt sechs Punkte auf Düsseldorf. Ohneinholbar gefühlt. Also es muss ein Wunder passieren, damit der HSV hier noch irgendwie aussteigt oder in die Relegation kommt. Ausstieg, direkt Ausstieg sowieso nicht. So, ich freue mich jetzt nur noch auf das Stadtderby. Das wird nochmal ein riesen Highlight auf meinem Kanal sein. Falls dir das Video trotzdem gefallen hat und du andere Videos wie Bayern gegen Real oder Bayern gegen Frankfurt verpassen möchtest, dann lass doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal, um nie mehr etwas zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim Stadtderby. Ciao.